Liebe Studierende, liebe Interessierte des Themenbereiches Klimawandel, der Klimawandel ist in aller Munde schon seit vielen Jahren. Während früher die wissenschaftlich belegten Fakten zur Kenntnis genommen wurden, aber nur eine marginale gesellschaftliche Reaktion darauf zu beobachten war, ist diese Thematik inzwischen im Kern der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft angekommen. Diese veränderte Wahrnehmung ist sicherlich auch durch die öffentlichkeitswirksamen Auftritte von zum Beispiel Greta Thunberg und den weltweiten Fridays-for-Future-Initiativen mit beeinflusst worden, wobei es hier natürlich noch viele weitere nationale und internationale Initiativen gibt. Deshalb erschien es uns an der Universität Wien angebracht, wissenschaftliche Grundlagen aufzubereiten und vorzustellen, diese aber auch in aktuelle Beispiele sowie Forschungsarbeiten einzubetten und auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen zu lassen. Zentrale Fragen in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik sind beispielsweise, was sind die biophysikalischen Zusammenhänge im Klimasystem? Wie funktioniert ein Klimasystem über Jahrmillionen und wie unterscheidet sich der aktuelle Klimawandel davon? Welche Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft hat der Klimawandel? Aber auch welche Konzepte zum gesellschaftlichen Umgang und welche Anpassungsstrategien gibt es auf wissenschaftlicher Ebene? Und welche werden denn in der Praxis in welcher Form umgesetzt? Natürlich sind das nur einige der Fragen, die wir in diesem Massive Open Online Course, kurz MOOC genannt, zum Themenbereich Klimawandel besprechen möchten. Mein Name ist Thomas Glade und zusammen mit Dr. Philipp Ma leite und koordiniere ich dieses MOOC, zu dem andere Lehrende der Universität Wien aber natürlich auch sehr aktiv und umfassend beitragen. Wir beide sind Geomorphologen, also Wissenschaftler, die sich mit den natürlichen Prozessen, den verschiedenen Formen und den unterschiedlichen Materialien unserer Erdoberfläche auseinandersetzen. Und hier wirkt ja der Klimawandel bekanntermaßen sehr stark. Eingebettet sind wir in der Disziplin der Geografie und deshalb interessiert uns und untersuchen wir nicht nur die naturwissenschaftlichen Funktionsweisen der verschiedenen Systeme, sondern sind auch ganz besonders an den Wechselwirkungen mit der Gesellschaft interessiert. Und genau diesem Rahmenthema, Klimawandel, möchten wir uns in diesem MOOC widmen. Da eine ganzheitliche Betrachtung bzw. Bearbeitung des Klimawandels ein inter-, intra- und auch transdisziplinäres Vorgehen erfordert, ist auch das Lehrteam entsprechend breit aufgestellt. Neben Meteorologen und Geoökologen sind auch Bevölkerung, Stadt-, Wirtschaftsgeografin und Geografen als Lehrende dabei. Und diese werden sich dann entsprechend in den jeweiligen Lektionen vorstellen. Alle Lehrende vereinen die zentralen Anliegen, ihnen Grundkenntnisse zu vermitteln, aktuelle Debatten zum Klimawandel aufzugreifen und zu vertiefen, theoretische und konzeptionelle Kenntnisse darzustellen und durch Interviews mit verschiedenen Stakeholdern und Aufnahmen vor Ort den Praxisbezug zu verdeutlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der MOOC in vier Einheiten gegliedert, die zwar aufeinander aufbauen, die aber auch einzeln von ihnen bearbeitet werden können. Die erste Einheit nennt sich Komponenten und Prozesse des globalen Klimasystems. Die zweite Einheit ist den natürlichen und anthropogenen Klimawandel in Raum und Zeit gewidmet. Die dritte Einheit beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Und die finale vierte Einheit adressiert sozio-politische Maßnahmen und Institutionen. Jede Einheit besteht aus einer oder mehreren Lektionen von unterschiedlichen Längen. Und in den Videos werden dann auch komplexere Sachverhalte klar und verständlich erläutert. Manche dieser Lektionen sind mit Außenaufnahmen angereichert. Da werden zum Beispiel unterschiedlichste Situationen und Settings, zum Beispiel an der Donau, in Niederösterreich oder im Kaunertal in den Zentralalpen, anschaulich vorgestellt. Zentrale Aussagen werden präsentiert und am Ende der Lektion finden sich weiterführende Informationen. Weiterhin ist ein nicht moderiertes Diskussionsforum eingerichtet und abschließend ist auch ein Quiz integriert. Und bei erfolgreichem Abschluss dieses Quizzes bekommt man einen sogenannten Badge, also ein digitales Abzeichen. Nach der Bearbeitung des MOOC sind Sie befähigt, die aktuellen Debatten zum Thema Klimawandel besser einzuordnen. Und durch das gelieferte Handwerkszeug auch selbstständig aktiv zum Austausch beizutragen. Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem MOOC geweckt haben. Und wenn Sie weiterführende Studien anschließen möchten, seien Sie bitte auf die Lehrveranstaltungen an der Universität Wien zum Thema Klimawandel verwiesen. Die aktuellsten Lehrangebote an der Universität Wien finden Sie ganz schnell, wenn Sie im Suchfeld auf der Webseite der Universität youfind.univ.ac.at nach Klimawandel suchen. Besonders sei hierbei auf die Angebote des Instituts für Meteorologie und Geophysik sowie dem Institut für Geografie und Regionalforschung hingewiesen. Und auch das Erweiterungskurriculum im Bachelorstudium zum Klimawandel wissenschaftliche Grundlagen mag für viele interessant sein. Dieser MOOC ist teilweise auch in eben dieses Erweiterungskurriculum eingebunden. Und seien Sie auch eingeladen, allfällige Fragen im Diskussionsforum zu stellen. Und jetzt bleibt mir nur noch im Namen aller Vortragenden und Mitwirkenden Ihnen ganz viel Spaß bei diesem MOOC Klimawandel zu wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank.